Herzlich Willkommen zu meiner Folgekarte Prüfmarsch. Wir ernten gerade aktuell auf Feld 1, Feld 14 und Feld 2 und 46 ist fertig. Das heißt, wir schicken mal zu Hause Richtung Hof und 45 durchs Abfahrt soweit sein Ja Machen wir auch gleich Einsteigen Da haben wir Glück gehabt, dass hier noch immer auf Düngen geht Lassen Einen Klappen haben wir auch nicht gemacht Am anderen Das heißt, wenn wir ganz kurz hier sowieso eingreifen in den Dreh rum Weil da muss jemand den Punkt finden, wo er abfahren kann Und das Da tun sie sich immer schwer, wenn sie zu schnell fahren So Der 14 ist fertig Das ist schön, ne? Jetzt geht mit frischen Spaß weiter Und ernten, richtig ernten Und Folge ab Der Nächste ist fertig Bestimmt an, kommen wir in den Hof Da ist es natürlich ungünstig Durch die Frucht können wir nicht durchfahren Durch die Frucht können wir nicht durchfahren Der Nächste ist voll Der Lexikon ist voll Ach, hey, dann gucken wir mal Haben wir noch ein Fahrzeug da? Ja Fahrzeug haben wir da aber Hänger Das haben wir nicht da Wir haben nur einen da über ein Holz zu stellen Und da haben wir auch einen Traktor Ja, da können wir den auch nehmen Bei dem brauchen wir so eine Headbinder Das können wir hier lassen Die anderen Fahrzeuge brauche ich jetzt nachher zum Gras nehmen Und Falten fressen Dann nehmen wir den jetzt und ernten Das Rest werden wir gleich Abkippen Ja, da haben wir jetzt noch ein Tricks Ja, da sind wir gleich hinten, das ist leider so richtig Ja, unsere schönen Bäume Das wäre richtige, hoffe ich Die größten, die es gibt Und wir sehen nachher, dass wir alles in der Höhe Und die Zeit wieder rumkriegen Also ich habe erst bitte ernt gerechnet im Herbst Im Herbst, im ersten Tag Herbst Oder erst jetzt Tag Sommer vielleicht Also jetzt schon Gut, er hat dann noch zwei Stufen zu wachsen Woher der dort Entschuldigung Ja, unser Mais auch schön gewachsen Das ist ja mal häckselreich Das dauert ein bisschen länger Ja, müsste Folge 12 sein Aber morgen wünsche ich euch einen schönen, vierten Advent Falls ihr in der nächsten Folge vergessen solltet Kann ich überziehen Ich denke mir dran, was so spät ist Dann nehmen wir gleich eine Fuhre Obwohl Das würde ich mal gar nicht mal hier raus holen Gut, da würde ich mich hier drin lassen Weil ich möchte gerne hier Stroh reinbringen Das heißt Das fahr ich nur hier rein, weil dann bis man da ist Sonst würde ich hier nicht, dass wir hier fahren Dann könnte die Dinger ja stören Mit Kurspray, ziemlich eng Aber das haben wir gesehen Da kann er ja voll arbeiten mit Stroh nachher Für als Zwölf ist da irgendwo da oben So, jetzt geht die Richtung Dann könnten wir zwei erstmal Statt immer fertig kriegen Und dann müssen wir Stroh sammeln Und zwar erstmal für den Mischmutter Unser Lager, das muss zuerst vollgemacht werden Kam nicht weit Aber das ist halt so Denkkurs müssen wir eigentlich nicht speichern Das darf ich nicht vergessen Wegen Sammeln Wegen Sammeln Aber Sammeln machen wir all zum Schluss Und nicht zerfettern in der Zeit Die Felder sehen auf der Karte immer so klein aus Die kommen ja schon Und der wird nicht auf die Wälle fahren, aber man muss ja einsteigen und aktivieren Und der hat ein langes Rohr Das hat man auch gemacht, um in die Höhe zu kommen Das hat man auch gemacht, um in die Höhe zu kommen Und der hat man auch noch gefeiert Und das hat man auch gemacht Und dann kommt jeder das ist ein super spächer ja 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 das ist typisch von den nächsten kommen wir hier ja geht überhaupt noch ein Wachstum das sind ja Kartoffeln so einmal 40 zwei vorgeborene wieder bauen ich brauche ein bisschen Geld Dünger sollte reichen dann können wir abschließen ja 59 abbrechen 46 abbrechen 46 sind dabei ja das geht noch ja wo ist der hin schon ein komischer Kurs ne ja dann muss der nochmal hinfahren um 41 denn wird so sehr auf die abbrauchen und zurückgefahren da war fertig 46 50 so fehlt da jetzt was es fehlt ja ein paar prozenten die Ecke vielleicht die Ecke oder auch nicht geht oder auch nicht geht ach da ist sowas der wird nicht mehr gehen oder oder so könnte das sein oder so könnte das sein du wirst für keine Zeit dafür die Ecke dann lass es sein 46 64 ich habe da dann fährst du jetzt zum 46 Da ist ein bisschen mehr zu machen. Was war denn umsonst? Mein Freund, hab ich dann wieder gemacht. Wir sind vertauscht. Zahlendreher. Darauf fehlt aber nicht viel. Darum mach ich es noch fertig. Das sind beide gemacht. Ich muss mal die Brüder nachden gehen. Das ist besser. Der hält auch nicht an. Das wäre ja mit längs. Das hat immer noch gefehlt. Da muss ich ja ständig umdrehen. Beide voll. Dann ist es auch voll. Und auch voll. Immer die folgenden Finger. 13, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Das müssten 12 sein. Rüber auf Feld 1. Ich wäre ein Traktor besser dran. Weil der verdreht sich nicht so schnell. Aber gut. Immer einen nach dem anderen. Jetzt kann man so einen roten fahren und stehen lassen. Dann können wir gleich überspringen zum Glas. Natürlich wird es ja blöd mit dem hinteren Hänger. Dann wird es scheiße. Schlecht. Aber wir müssen uns von hinten ran fahren. Also in andere Richtung. Die Brüder fahren nämlich übereinander. 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 So. Hier ist es gut dabei. Stroh. Sobald das Feld fertig ist, können wir einen fahren lassen. Aber eher zur nächsten Aufnahmereihe. Aufnahmereihe. Ist ja nicht weit gekommen, ne? Wir müssen jetzt mal bei Holger anschauen. Mit der Ernte wieder funktioniert. Aber ich denke mal, es ist zu spät. Weil fährt nur hoch. Zwölf, drei, drei, drei Stunden. Da will ich mit dem Überladerwagen arbeiten. Und der Führungskurs. Wird ein bisschen leichter. Ich denke mal. So, liebe Frau. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke für die Zeit. Schau, tschau, tschau. Vielleicht hört man sich. Dann sieht man sich zur nächsten Folge wieder. Vom vierten Abend. Merken. Gute mal. Vom vierten Abend. Sag mal tschau, 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 tschau. Ja. Morgen gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.